hallo leute willkommen auf meinem youtube kanal hier werde ich euch meine neuen zugänge in meinem bookshelf immer wieder zeigen und euch meinen bookshelf vorstellen die bücher die ich habe die bücher die ich gerade lese mal könnt ihr werdet sowohl von jungen büchern bis zu kinder büchern vorgestellt bekommen als auch thriller fantasy und horror und es gibt wird zahl über zahlreiche autoren gesprochen die die bücher verpasst haben anfangen werden wir wie immer mit den vorstellungen des bookshelps und ich habe viele bücher die ich euch zeigen möchte auch bücher die für meine kindheit relevant waren und auch für mein jugendalter zu sagen und es gibt immer einen grund warum dieses buch immer steht das werdet ihr auch erfahren viel spaß beim zuschauen und abonnieren denn es gibt jedes mal ein neues video mit neuen vorstellungen